Eine Akademie der Wissenschaften ist eine Gelehrtengesellschaft und eine Einrichtung zur Förderung wissenschaftlicher Forschung. Daneben gibt es auch Akademien der Künste, die sich der Förderung künstlerischer Studien verschreiben. Bedeutung Im Mittelpunkt der oft traditionsreichen Akademien steht die Vereinigung hochrangiger Gelehrter, die sich regelmäßig zu wissenschaftlichem Austausch zusammenfinden. Akademien sind benannt nach der Platonischen Akademie in Athen. Eine vom Philosophen Platon ins Leben gerufene Akademie und eine der ersten Akademien überhaupt. Zu Ehren des griechischen Helden Akademos, der gemäß der Sage in dem von Platon erworbenen Olivenhain begraben war, nannte der Philosoph den Ort Akademie. Die Akademien der Wissenschaften sind entweder private oder vom Staat unterhaltende Einrichtungen. Sie unterscheiden sich von Universitäten dadurch, dass sie in der Regel keine wissenschaftliche Lehre betreiben. Eine Ausnahme davon stellt Z. B. die Alma Matera Europé dar, die als wissenschaftliche Einrichtung der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste im Jahre 2013 in Salzburg ihren Betrieb aufnimmt. Deutsche Wissenschaftsakademien In der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften sind acht größere deutsche Wissenschaftsakademien zusammengeschlossen. Akademie der Wissenschaften in Hamburg in Hamburg. Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in Göttingen. Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Bayerische Akademie der Wissenschaften in München. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in Berlin. Heidelberger Akademie der Wissenschaften in Heidelberg. Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste in Düsseldorf. Sächsische Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Daneben existieren weitere unabhängige Akademien. Deutsche Akademie der Technikwissenschaften vereint Wissenschaftler rund um die Thementechnik und angewandte Wissenschaften. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. Die Akademie der Wissenschaften der DDR war die bedeutendste Forschungsinstitution der Deutschen Demokratischen Republik. Wissenschaftsakademien in der ganzen Welt. In jedem Land Europas und nahezu jedem anderen Land der Erde gibt es mindestens eine nationale Akademie der Wissenschaften oder der Wissenschaften und Künste. Siehe dazu exemplarisch die Liste der wissenschaftlichen Akademien. In Österreich gibt es Z. B. eine nationale Akademie der Wissenschaften, die österreichische Akademie der Wissenschaften. Diese geht auf eine kaiserliche Gründung 1847 zurück und wurde von der österreichischen Republik als zentrale Stelle außeruniversitärer Forschung beibehalten. In der Türkei bestehen beispielsweise die Akademie der Wissenschaften der Türkei sowie der Wissenschafts- und Technologieforschungsrat der Türkei. Daneben gibt es einige Akademien, die international ausgerichtet sind, wie Z. B. die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste. Siehe mit Stand 2012 laut eigenen Angaben etwa 1.500 Mitgliedern, darunter 29 Nobelpreisträger. Siehe auch. Liste der wissenschaftlichen Akademien. Akademien der Wissenschaften in der NS-Zeit.